Eine Sache, die ich in Deutschland richtig krass vermisse. Wir sind hier gerade in Madrid, in Spanien. Und hier gibt es einfach einen Walk-to-Walk. Früher gab es sogar in Berlin mal einen. Das ist so eine Mischung zwischen halbwegs gesund und Fastfood. Weil es so krass schnell geht. Man kann hier einfach seine Zutaten zusammensuchen. Und das Ganze wird dann mit Nudeln oder Reis kombiniert. Da sind jetzt meine Zutaten und die werden jetzt live auf dem Feuer zubereitet. Schaut euch das einfach an. So nice. Jetzt kommt der Rest dazu. Das wird so lecker. Die haben da einfach Ricky draufgeschrieben. So, Theresa probiert jetzt zum ersten Mal Walk-to-Walk. Sag mal, wie du es findest. Und? Und? Ich habe ihr doch gesagt, es wird ihr schmecken.